Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Sparate sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich setze Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalationen nur behindert! Es hat mit denen nur ein schichtigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Die Affen zum Beispiel. Trump in jeder Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter ein ausgerechnet Himmler. Der treueste Vertreue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Fegelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeugbericht. Ich will zur Fahrzeugbericht. Ich will zur Fahrzeugbericht. Ich will zur Fahrzeugbericht. Ich will zur Fahrzeugbericht.